okay so jetzt ist die große frage wo ist der zweite direkt da ist der rein der ist auch rein okay also optimal ist sicherlich auch was anderes aber aber gib mir das ich habe schon gesehen dass hier auch wieder was rumläuft dann wo auch okay so was die frage ist wo wo kommen die jetzt her die sind also anscheinend irgendwo da an der seite oder was ich habe jetzt keine zeit für so eine scheiße gibt mir das also grün 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 auch junge sag mal da irgendwo sind die vielleicht da drin au au fuck okay mich hat zerlegt aber scheiße okay jetzt habe ich natürlich nix mehr dabei außer das was ich in der hand hatte was mir nicht verbringt scheiße aber ich weiß ja wo ich hingegangen bin und da gehe ich jetzt wieder hin und während ich dahin gehe färbe ich gleich den strom und dann hole ich mir mein zeug zurück also die hauptleitung färbe ich das hat mich gerade hart irritiert weil ich nicht ganz verstanden habe wo der angriff herkam er muss irgendwo aus diesem grünzeug gekommen sein oh ja ich habe keinen sprit mehr zum fliegen das ist ja schön das ist ja schön okay dann könnte der weg etwas holprig werden pistazien habe ich auch nicht mehr war ich sollte also auf dem weg was einsammeln sonst bin ich ganz oh scheiße sonst bin ich ganz schön am Arsch jetzt habe ich mich so an den jetpack gewöhnt dass ich keine ahnung habe ob ich ob ich oh die movie aufnahme ob ich da ob ich da hinkomme ohne jetpack weil ich ja jetzt naja gut werden wir wir werden es wir werden es herausfinden ähm und ich hoffe guck mal da sind Himbeeren also wer heißen die Dinger Barrenus nein Paloe Paloe Beere da sind auch welche dann werden wir uns die ähm dann werden wir uns die als erstes mal oh ich habe auch noch ich habe auch noch Pitazien Okay Gut damit kann ich jetzt so viel auch nicht anfangen weil die Munition an meiner Leiche liegt aber mal sehen färben färben wie um alles in der Welt konnte mir das passieren war ich so also ich war so abgelenkt weil ich nicht rausgefunden habe wo die Käfer herkamen genau und dann haben die mich die ganze Zeit attackiert höh okay oh das wird wehtun ah jetzt muss ich wieder da hoch holy fuck wie zum Teufel äh ja ich habe es verstanden I get it oh Leute au ähm da ist die Leitung ähm gut jetzt habe ich den Scheiß nicht mehr dann nehme ich jetzt die ahm ahm die sind auch besser okay die restlichen hebe ich mir mal lieber auf ich ich habe so eine Vermutung also ich muss irgendwie da oben entlang äh das heißt ich muss hier durchs Gas oh shit okay das war au das war richtig dumm ja ich habe es verstanden I get it ah ja holy fuck okay okay glück gehabt wenn man so selten stirbt also jetzt in letzter Zeit zumindest bin ich so selten gestorben äh da checkt man irgendwann nicht mehr dass man ohne Jetpack ganz schön am Arsch ist so also weiter geht das wenn ich den Weg schon machen muss dann kann ich es ja auch gleich auf dem Rückweg werde ich kontrollieren ob ich alle gefärbt habe wenn ich Jetpack wieder habe und Waffen und meinen ganzen Scheiß der Vorteil an solchen Stromleitungen ist nämlich ich finde zurück da wo ich war und ich meine gut die Map zeigt mir auch wo mein Lager ist und so aber und wo meine Kiste ist natürlich aber auf diese Art und Weise kann ich so fast gefahrlos hier entlang gehen weil alles was mich hier attackiert hat habe ich auf dem Weg schon erledigt so siehste hier we are und der Rest ist schon grün okay dann nein nein dann gib mir doch mal bitte das Ding und vorher arm 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 so jetzt muss ich da okay 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 ja kommt mal her Baseball also ja die sind da irgendwo drin oh shit also die machen auf jeden Fall dollen Schaden holy fuck hab ich keine mehr ich meine also die aber ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin